Hier präsentieren wir die 5 beste Couscous Topftest. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kesser Dampfentsafter 15 L Edelstahl Entsafter Saftpresse. Dampfentsaften ist eine großartige Möglichkeit, große Mengen an Obst und Gemüse zu entsaften und gleichzeitig zu konservieren. Mit dem Kesser Dampfentsafter können Sie diese klassische Technik jetzt auf eine neue Art nutzen. Der Entsafter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und lässt sich ganz einfach bedienen. Wer eine Obstente aus dem Garten hat oder Obst der Saison nutzen möchte, wird von dieser Kesser Obstpresse mehr als begeistert sein. Sie ist einfach zu bedienen und der Entsaftungsvorgang erfordert nur wenig Aufwand. Neben der hohen Saftausbeute kann der Saft auch problemlos aufbewahrt werden. Gerade in der Obsterntezeit werden Sie diesen praktischen Gemüsedampfer nicht mehr missen wollen. Nummer 4. Kochtopf Großinduktion Rostfrei Edelstahl Couscous Topf. Dieser Dampfgarer aus Edelstahl eignet sich sowohl als Couscous Kocher, als auch als Gemüsedampfgarer. Er hat ein Fassungsvermögen von 12 Litern und verfügt über ein Dampfsieb und einen Glasdeckel mit Dampfaustritt. Der dreifach beschichtete Boden aus Edelstahl und Aluminium sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Topf, so dass der hervorragende Couscous langsam und ohne Klumpenbildung garen kann. Das Aroma des Couscous bleibt erhalten und die lebenswichtigen Vitamine werden bewahrt. Die hitzebeständigen Griffe schützen den Benutzer vor Verbrennungen und ermöglichen eine einfache Bedienung des Topfes. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer dritter. WMF Mini Dampfgarer mit Metalldeckel klein 16 cm. Der WMF Mikro Dampfgarer mit Metalldeckel eignet sich für kleine Portionen, wie Z, B Couscous Salate, oder für Single Haushalte. Er ist 20 cm hoch und hat einen abgedeckten Dampfgarer mit einem Durchmesser von 16 cm und einem Volumen von 1,5 Litern. Er passt perfekt auf Herdplatten mit einem Durchmesser von 14,5 cm. Der Topf ist poliert, rostfrei und spülemaschinenfest und besteht aus rostfreiem Stahl 18-10 von Chromagarn. Außerdem ist er backofenfest, geschmacksneutral und säurebeständig, was für seine hohe Qualität spricht. Er verfügt über einen Trans-TM-Universalboden, der eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine große Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen auf allen Herdarten ermöglicht. Nummer 2. Tefal Secure 5 Schnellkochtopf P25307 inklusive Dampfkort mit 3 Fuß. Der Schnellkochtopf von Tefal hat einen zusätzlichen Korb mit Stativ, in dem auch Couscous gedämpft werden kann. Der zweistufige Kochregler verfügt über eine Intensivstufe 117 C für Fleisch und Fisch und eine milde Stufe 112 C für Gemüse, Reis, Kartoffeln und mehr. Der Topf hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern und einen robusten Induktionsboden, der die Hitze gleichmäßig verteilt. Er passt auf alle Herdarten und verfügt über einen langen Griff, der das Öffnen und Schließen zum Kinderspiel macht. Wenn der Griff richtig geschlossen ist, unterstützt ein automatisches Verriegeltungssystem den Benutzer, da der Griff einrastet. Und die Nummer 1 unserer Liste. Karmberg Couscous Topf Edelstahl, Edelstahl, Rostfrei, 4 Litres. Da der Karmberg Couscous Topf aus hochwertigem Edelstahl besteht, kann er auf allen Herdarten verwendet werden. Von Induktions- oder Elektroherden bis hin zu Gas-, Schiefer- und Glaskeramikherden ist für jeden etwas dabei. Die genieteten Hitzeschutzgriffe sorgen dafür, dass der Topf sicher und einfach zu benutzen ist, da sie verhindern, dass sich die Griffe erhitzen. Dank des Glasdeckels mit Edelstahlgriff können Sie den Kochvorgang beobachten, ohne den Deckel abnehmen zu müssen. Der Karmberg Topf hat einen 5-lagigen Boden, der die Hitze gleichmäßig verteilt. Der Dampfkort hat einen Durchmesser von 20 cm und eine Höhe von 10 cm, und der Topf hat ein Fassungsvermögen von 4 Litern. Er ist ein 3-in-1-Produkt, da er als Couscous Topf, Dampfgarer oder Kochtopf verwendet werden kann. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal!